Yo Leute, was geht denn jetzt? Heute werden wir auf nichts reagieren oder doch auf etwas reagieren, auf zwei Sachen eigentlich besser gesagt. Also ja, wir werden auf etwas reagieren, das habe ich jetzt verkackt, aber ich mache trotzdem weiter. Und zwar, es geht um die Sache mit der lieben Jana und dem lieben Simon Willi Willi Will Boy. Ihr kennt ihn alle, wir kennen beide, also naja, dazu kommen wir später nochmal. Also, es haben sehr viele Leute mich tatsächlich auf Instagram angeschrieben und waren ziemlich verärgert, weshalb ich mir Janas Video nicht angeschaut habe. Und wieso ich das und das gemacht habe, warum habe ich das gesagt bei so einem emotionalen Song und und und. Ja, Simon war für eine Stelle ganz cool oder ganz, ganz lustig gekleidet, vielleicht finde ich sie auch direkt. Auf jeden Fall, er hatte überall Piercings und und und. Hier ist die Stelle. Ich fand das lustig und musste ein bisschen lachen, schmunzeln. Ich weiß, ich habe mich aber danach auch nachher direkt entschuldigt, dass man das eigentlich bei so einem Song nicht machen muss. Insgesamt fand ich Simon Willi, sein Song oder Simon, ich nenne ihn einfach immer Simon, ja. Weil er auch ein geiler Typ ist, meiner Meinung nach, aber dazu kommen wir auch nochmal später. Ich fand den Song sehr, sehr cool, sehr emotional und ja, ich hatte mir nichts Böses oder nicht viel dabei gedacht. Und als ich fertig war mit der Reaktion, ich wollte mir das nochmal anschauen, ich schaue meine Videos immer zuerst an, bevor ich sie hochlade. Nicht, dass da irgendwas passiert, ich möchte, dass alles fair bleibt und 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 und. Ähm, und habe es dann ungefähr gefunden. Dann habe ich aber gesehen, dass ein Video rechts von mir vorgeschlagen wurde, ähm, auf meinem zweiten Bildschirm. Da hieß es, äh, dieser Drist-Track oder äh, 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 Simon Willi besser ohne mich von Jana. Und da dachte ich mir so, hä? Hey, ist das eine Reaktion, ich kicke mal da drauf. Ich kannte Jana, ja, ich verfolge sie aber nicht so hart jetzt wie Simon, ja. Es ist halt einfach Simon, wenn du das sehen solltest, oder Simon, ja, Willi Willi, ja. Ähm, ich verfolge dich echt lange schon und mach's echt geil in Videos, mach weiter so. Ähm, Jana wusste ich nur, dass sie bei ihm in die, in die WG zieht. Ähm, jetzt ist sie ja nicht mehr dort. Und dann habe ich mir das Video hier angesehen. Und dann sehe ich erst mal, wie sie da so ein bisschen sowas macht. Ba Ba! Oh, ne Meid! Wir haben heute noch nie Angst, wenn wir zu zweit waren. Doch für die Zeit, würde ich dir ewig dankbar sein. Ohne incide, von mir wird immer deiner sein. Es heißt, man sieht sich immer zweimal, ein Kopf ist rein. Wünsch' ich nur eins, für das, was wir alle weit sind. Ich hoffe, dir geht es besser ohne Meid, ohne Meid. Ich hoffe, dass jemand besser, besser für ihr ist. So, und dann erklärt sie halt hier, dass da paar Zehen nachgespielt wurden und sie sagt aber weiterhin nichts. Das finde ich eigentlich schon mal etwas Positives. Und liebe Leute, bitte macht jetzt da nichts drum rum. Ich weiß, liebe Freunde und liebe Leute und liebe Community von Jana und aber auch genau liebe Community auch von Rezo. Äh, Rezo. Simon, haben ja beide eigentlich, egal. Aber jetzt muss ich schon wieder lachen. Okay, es tut mir leid, Leute. Ich reiß mich zusammen, ja. Also, was ich gut finde, dass sie nochmal ein Video macht. Hätte man vielleicht aber auch privat machen können. Ich weiß es nicht. Aber es ist gut zum Aufklären. Finde ich alles okay. Sie sagt, dass ein paar Szenen nachgespielt wurden. Welches auch verständlich sein konnte. Ich habe am Anfang von meiner Reaktion nicht gecheckt. Ich dachte, das wäre seine Ex oder so. Aber anscheinend sollte dies hier Jana sein. Also, das hier sollte Jana sein. Und, 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 und. Da ein paar Szenen nachgespielt wurden. Deswegen denke ich, das ist Jana. Aber, ich möchte mich da nicht zu viel drüber aufregen. Warum ich das Video eigentlich machen möchte, ist, liebe Leute, lasst doch einfach Simon Will und Jana ihr Ding durchziehen und lasst das sie alleine besprechen. Es ist nicht euer Ding als Community zu sagen, wer jetzt im Recht ist, wer nicht, sondern das ist ihr beides. Und auch sie beide. Ich weiß jetzt nicht, wer im Recht ist, wer hat was gemacht, wer hat was gesagt, was ist los hier. Klar, es gab auch noch eine Szene, wo er vor dem Raum stand, vor der lieben Jana. Da hätte ich es vielleicht checken können, aber ich habe Janas Video nicht gesehen und ich habe mich auch nicht weiter darüber informiert. und, und, und. Aber lasst das ihr Ding sein, bitte. Und streitet euch nicht der Harz rüber. Beide können ihr Ding weitermachen. Es ist halt einfach so, Simon oder Simon, egal, ich nenne jetzt einfach Simon. Simon hat Jana, hat der Jana sehr, sehr viel geholfen. Und Jana hat Simon ein bisschen geholfen. Also, wenn man es so sieht, Jana hatte, als sie bei Simon eingezogen ist, glaube ich, um die 50.000, 60.000 Abonnenten. Jetzt hat sie 80.000, 90.000. Ungefähr um das herum. Erstens mal das hat er sich, also sie sind einfach, beide haben etwas Gutes davon gefunden. Und jetzt haben sie halt gemerkt, dass sie beide nicht, ihr wisst, einfach nicht zusammenpassen, dass es nicht in einer WG zusammen geht. Und ja, vielleicht war das ein Fehler von Simon, ein Video oder ein Musikdingsterbumster hochzuladen. Aber vielleicht war es auch ein Fehler von ihr, das hochzuladen. Vielleicht hätte ja sie zuerst sagen können, yo, Simon, kannst du das bitte runternehmen? Und wir hätten vielleicht zuerst auch telefonieren können. Hätte er es nicht gemacht, hätte sie ein Video machen. Da gibt es tausende Varianten und ich möchte nicht darüber streiten, was für Varianten es da gab, was nicht. Also bitte, liebe Leute, seid fair, ihr müsst nicht unbedingt disliken. Das ist einfach, das geht einfach zu weit. Und lasst es doch einfach jedem sein. Es war ein guter Song. Es ist ein gutes Video von Jana. Ich weiß ja nicht, warum ihr so getriggert seid, vor allem gegenüber von mir. Ich habe meine Reaktion gemacht. Ich habe das Video von Jana nicht gesehen. Vielleicht kann ich das euch irgendwann ganz kurz zeigen hier. Ich war völlig verplant und ich sage es sogar ganz am Anfang. Hier. Nee. 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 So, ich sage ganz am Anfang. So, dann, was geht jetzt zu rufen hier? Heute mal wieder auf. Am Anfang muss ich ehrlich zugeben, ich dachte, das wäre seine Mitbewohnerin. Aber mal schauen, ich habe es nicht ganz so gesehen, ja. Aber ich bin mal gespannt drauf, ob jetzt der liebe Simon eine Freundin hat, ja. Simon Willi Willi Will Boy da, ja. Ich habe sogar noch am Anfang angetönt, dass es vielleicht Jana wäre. Das spricht schon mal dazu hin, dass ich das Video nicht gesehen hätte, weil hätte ich das Video gesehen, hätte ich das definitiv am Anfang nicht gesagt. Also bitte, liebe Leute, ich hoffe, ihr nehmt das nicht böse, dass ich das ganz so sage. Aber lasst die beiden doch bitte, weil ich habe hunderte von DMs wirklich auf Instagram. Ich habe nicht gewusst, dass wir so viele Leute DM schreiben können. Ja, klar können die das, aber ich wusste jetzt halt nicht, dass so viele Leute mir wirklich voll spammen. Wie soll ich noch mal ein Video dazu machen? Ich habe wirklich, an einem Tag war es wirklich schlimm, da war, mein Handy ist fast durchgedreht, ich wollte so ein bisschen zocken auf meinem Handy, ja. Und ich dachte mir so, ja. Also ich hoffe, liebe Leute, das ist geklärt, auch von meiner Seite aus. Beide haben ein gutes Video gebracht, beide haben sich viel Mühe, also ja, beide. Egal, ich lege mich hier nur noch rein, ist mir auch egal, das könnt ihr beide dehnen lassen. Wie gesagt, man kann beide feiern, ich feiere halt einfach Simon und ich bin auf keiner ihrer beiden Seiten, ich sehe das einfach neutral an. Falls jetzt aber irgendwas kommen sollte, und das hoffe ich nicht, ich hoffe, sie klären es privat. Ja, ne? Ich hoffe, wir sehen mal. Aber ich hoffe, euch hat das jetzt mal ganz kurz gefallen. Und ja, ich hoffe, ihr lasst da ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, ein Like und ein Kommentar, was ihr heute gegessen habt. Ja? Genau. Tschüss! Haut rein, tschüss. Tschüss, bis, bis. Tschüss!